Aufruf zu Wettkampf 28, 100 Meter Brustweiten. Inlauf einstattet auf der Band 2 Vanessa Dambacher vom MTV Ahlen, auf Band 3 Lager-Charta Massur vom SSG Filter Neckartec, Band 4 Nina Gennig, TSV Neustadt, Band 5 Charlotte McGregor, VfL Dünnfingen, Band 6 Lili Novara, SV Schwäbisch Gmünd und Band 7 Antonia Fuchs vom SVR Stuttgart. VfL Stuttgart